Sie wollen da noch einen Gutschein einlösen mit dem Gegenwert von wartentechnischer Geräte, Erklären von Smartphone-Funktionen und wiederherstellen versehentlich gelöschte Dateien. Tut mir leid, der gilt nicht mehr. Der wäre zum Eintauschen gegen Holzhacken, Wasserholen und Ernteeinsatz gewesen. Aber die Aktion ist schon im vorigen Jahrtausend abgelaufen. Da haben Sie das Upgrade auf das OK-Boomer-Heft verabsäumt. Da hätten Sie Rabattmarken für den ökologischen Fußabdruck Ihrer Eltern einkleben können. Ist jetzt aber zu spät.